hey ihr lieben und herzlich willkommen zu dem neuen video mit dabei ist die lisa und wir werden uns jetzt ein veggie kaufen es ist so schwierig der hier ist süß ja 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 der hier ist süß der ist fast noch süßer und der hier nicht die silver rain silver rain besitze ich ja so ein pony ich reite nur horses digga und wir sind kurz abkau so leute sie haben uns gesagt wir kaufen uns den da wahrscheinlich wird irgendwann wieder mal ein solcher verkauf kommen ein namen weiß ich jetzt nicht ich will etwas mit mini oder so gibt's nidl nein doch nicht lesen ja aber die idee fg h i j k k k z nein komm mal hier hin komm mal hier hin nleeeeee ich muss jetzt dass l suchen nee ich hätte es nicht gleich zu priorieren horse nehnfrau ein vorderstich 180 horse nehnfrau zwei vorderstich nur 7 Ohhhh nooo dicka guck kurz Ich glaube, ich suche jetzt kurz einen Namen aus und dann wechseln wir wieder Kompi. Cassette. Was ist denn das? Jetzt war ich doch gerade bei L. Manu. Weißt du was? Ich suche jetzt einfach einen Mini. 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 Was heisst Darling? Liebling oder so, oder? Darling. Ja. Ja, Liebling. Okay. Psst. Klappe jetzt. Mini. 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 Aber Mini. 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 Mini Flower und auf deinem nennst du es einfach Mini. 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 Kleines Herz. Nein. Mini. 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 Was? Mini. Mini. Blumen. Flower heißt ja Blume. Nein. Du kennst es Mini Mann. Mini. 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 Mini Maus. Gibt's Maus? Keine Ahnung. Das schreibt man Maus, oder? Ja. Ne, gibt's glaub nicht. Mini Cake. Mini Candy. Candy gibt's auch nicht. Hm. Was gibt's? Ja, vorne. Oh. Ähm. Ich nenn's jetzt mal Mini Flower und du kannst dann Mini. 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 Keine Ahnung, wie du's nennen kannst. Mini Cake könntest du es nennen, oder? Mini. Wir gucken da noch. Ich nenn's jetzt einfach Mini Flower. Oh-oh. Ich mach' ein Rennen. Wir müssen uns jetzt beeilen, denn das Ponychon beginnt bald. Mann. Mann. Ähm. Wisst ihr was? Wir machen jetzt kurz einen Cut und die liebe Lisa sucht sich jetzt auch Namen aus auf meinem Account. Oh mein Gott, Leute. Ihr seid halt vor zwei Sekunden. Zwei Sekunden wären noch geblieben und sie konnte sich noch anmelden. Ähm. Sie sitzt jetzt hier. Scheiße. Wir sind nicht in derselben Gruppe. Scheiße. Wenn nämlich Gruppe eins. Ich hab' gar keine Gruppe. Du bist Gruppe zwei. Boah, du hast Glück wechseln, der Computer. Ähm. Auf jeden Fall sind das plötzlich tausend Leute. Das ist, das ist aber schon merkwürdig, hm? Oh, Interface beenden. So, ich weiß, ich hab' das Ponychon-Bee schon mal aufgenommen. Vier, drei, zwei. Bei mir hat's jetzt angefangen. Also, ich renne noch nicht. Ah, okay. Ich trau' mich jetzt mal dieser Abkürzung. Ich mach' die eigentlich nie, weil ich feile. Ähm. Ich bin letzter Platz. Ja, dann hast du ziemlich... Ja, Mann, bin ich dumm. Juhu, gefailt. Fehlerinnen, Fehlerinnen, Fehlerinnen. Ähm. Das sagt... Weil, wisst ihr, die Fehlerin sagt Fehlerinnen. Geil, hä? Ich kenne keine Angst abkürzung. Ich auch nicht. Außer die erste, die ich verkackt habe. Wenigstens reite ich grad auf ne... Na los, Cookie! Schneller! Los, Flower! Schneller! Ähm. Ich renne... Ähm. Na los, Silver Rain! Ich reite gar nicht auf dem Pferd. Vorne sind zwei andere. Nur zwei? Ich kann auch nicht mal auf dem Pferd. Ich hab' ja auf dem Pferd rausgesagt. Digga... Ich bin in ne Wand reingerannt. Und die ist auch in ne Wand reingerannt. Der erste ist jetzt gleich im Ziel. Aha, die ist hängen geblieben! I wish me alright, be like the cool cats. so ich bin wahrscheinlich neunte oder so ich schätze mal dass ich neunte bin ich weiß es aber nicht so ich bin jetzt hier im ziel wahrscheinlich bin ich neunte ich schätze ich bin fünfte und nicht neunte schon wieder vorher beim fp jambi wir haben hier einmal auf dem zwölften platz die selina westwell auf dem elften anastasia mystery sieb auf dem 10 juli star top auf dem neunten sarah toberhawk auf dem achten fanny schorts hielt entschuldigung auf dem siebten isabel wolfley auf dem sechsten leutiti was auch immer ein song auf dem fünften ich auf dem vierten marie ihr und seid auf dem dritten rosalie lightchild auf dem zweiten isabel strongbeer auf dem ersten fabiana laut camp ja auf welchem platz bist du das musst du jetzt nicht lesen das musst du jetzt nicht lesen gut ja so lieben das war's mit dem video hier seht ihr noch kurz dass die schleife die lisa gewonnen hat ich finde das mega süße schleife weil hier ist ein pony drauf komm mal kurz zu mir bei mir siehst du jetzt besser hier ist ein pony drauf stimmt ich finde die mega hübsch und so ein stern ich finde das eigentlich die hübschesten schleifen aber das ist dunkel hä dieses wird so dunkel auf jeden fall digga es spinnt ich dachte dass die schönste schleife ist also ich könnte nicht auf das pony rennen machen also tipp euch macht das pony rennen pony jumpy auf jeden fall war es das mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen tschüss bis zum nächsten mal tschüss